Willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Wir sind mitten im Kampf und wollen den Sanctum Hainis 1 auf die Rübe geben. Und das werden wir jetzt auch sofort tun. Und wir spielen wieder Lightning. Und ich müsste bald mal wieder in die Paradigmen und da was umstellen. Aber so geht's momentan noch mit den Paradigmen. Das sind ja hier nur kleine Fische. Abgesehen von diesen fliegenden Dingern, aber die kriegen wir auch noch Platz. Ja, ist schon mal von der Bildfläche verschwunden. Jetzt kommen noch die Luftschützen. Hoch, bitte heilen. Und damit haben wir das auch erledigt. Und ich muss mal ganz kurz ein Mikro umzurichten. So, und schon geht's weiter. Ja. Ach, Leute. Ich wollte da gerade was aufmachen. Und ich hatte gerade eben die Chance, bei den Paradigmen rumzufummeln. Oh, es haut den Idioten. Macht bitte eins auf die Rübe. Gute Güte, ja. Alle auf einen. Und hinter euch ist noch einer. Und den könnt ihr jetzt bitte auch killen. Sehr schön. Und jetzt rauf da. Dann gefangen. So. Und ab in die Paradigmen. Und ab in die Paradigmen. Ähm. Brecher. Brecher. Verheerer. Bre... Halt. Verheerer. Brecher. Verheerer. Brecher. Brecher. Heiler. Das kann bleiben. Ähm. Ähm. M, 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 M. Und du kannst Brecher, Verteidigung, Verheerer. Gut. Ähm. Mit den Kristallpunkten lasse ich mir noch Zeit. Atomicum. Okay. Dann lasse mich hier einmal speichern. Und dann ab. In den nächsten Kampf, wollte ich sagen. So. Und ich denke mal, dann wird auch gleich wieder eine Katzee bekommen. So, gefällt mir das ja schon viel besser, wenn ich ehrlich sein soll. Denn Lightning macht, wie ich einmal schon sagte, als Brecher verdammt viel Schaden. Geht. Mhm. Oh. Was der? Es geht. Äh. Äh. Mein Vater ist stark. Das war's für heute. Das war's für mich. Er hat Todessehnsucht. Er ist kein Gehen, aber ich bin der Kugel. Ich bin der Kugel. Ich bin der Kugel. Es ist ein Gehen, das ich mich an der Kugel. Der Kugel ist ein Gehen. Ich bin der Saikom, der Jörg-Losch. Ich verstehe, aber ich verstehe. Aber ich verstehe, dass ich die ganze Welt nicht verstehe. Wenn ich nur die Menschen, dann werden wir alle gefährdet. Das war's für mich. Jetzt müssen wir die Erste gehen! Gehen wir uns nicht mehr, mit diesem Menschen zu nehmen! Wir müssen die Parchen wieder gerade abnehmen! Sehen wir uns bei Parchen zu tun! Wenn wir die Angst vorzunehmen, dass wir die Angst haben, dass wir die Rassismus nicht mehr annehmen, wenn wir die Angst haben, wenn wir die Angst haben, dass wir die Angst haben. Was ist das? Ich bin nicht tot! Wer hat das? Wer hat das? Wer hat das? Sama! Das war's für heute. Ich glaube, dass wir uns nicht in der Lage sind. Nyaa... Der größte wahre Dreck kommt jetzt Oh, fuck Dann teile mit Aushob Also dann Los geht's Und, äh, Wind ist immun Oh, das ist so viel Aber ich denke mal, das wird überall das gleiche sein Und, ähm Holy shit Ich werde erstmal die kleinen Übe beseitigen Und Hof muss so lange den Heiler machen, bitte Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gott, hoch! heilst du mal bitte! Danke! Ah, verdammt hier! Uh, ich bin angespannt! Wo, 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 wo zählst du hin? Ich will erst mal hier die kleinen Kanonen! Ho, 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 ho! Hopi, hop! So, das eine ist schon mal hinüber! Rechte Kanone, bitte. Oh, ich bin unter Anspannung, ne? Gibt es hier irgendwas an Gegenständen? Einmal Heim mit. Ja, Leute, ähm, das ist ein sehr harter Kampf. Einer der härtesten mit, finde ich. Ähm. Ja, ich versuche, vorsichtig zu sein, Hoop. Oh Gott, dieser Kampf kann dauern. Das gibt Überlänge. Also an alle, die, die sich den Kampf hier nicht antun wollen, die dürfen vorspulen. Ha, 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 ha. Außer sie wollen sehen, wie ich hier in einer Tour feile. Ja. Ist das lästig. Und ich? Oh. 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 Ja, ich, ich bin gerade hochkonzentriert und passt gerade sehr auf, dass mir HUB nicht gestorbt! Ich pfeife jetzt drauf, jetzt darf mir Odin helfen! Das ist das, was ich hier verstanden habe! Ich bin gerade auf, ich bin jetzt hier, aber ich bin jetzt hier. Okay, das ist gut. Das ist schon mal so. Das war's für heute. Mann, oh 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 Mann. Da ist nur noch Pepper Man. Echt auf Anspannung hier. Echt? Echt? So, mal gucken, wieviel das jetzt abträgt. Und das macht ja auch noch eine große Menge Schaden. Okay, warum ist doch so viel da? Moment, wen habe ich denn jetzt am meisten abgezogen? Ich bin... Ich bin gerade total verwirrt, aber okay. 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 Oh god. Wow. Ja, verdammt viel Action! Gute Güte, ja! Ach, halt doch den Mund, der da faselt! Gute Güte, ja! Was? Was, 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 was? Wie, wie, wie? Warum fliegt der jetzt so weit weg? Oh Gott! Tausend Kreuze, wenn ich das hier geschafft habe! Leute! Ja, sehr schön! Das ist weniger schön! Ach Gott! Los, haut rein, Leute! Haut rein! Oh, puke Konzentration! Oh, fast 13 Minuten! 13 verdammte Minuten für diesen verdammten Mist-Ding! Oh, ich weiß, was noch für Kämpfer auf mich zukommt! Da ist das eigentlich hier noch ein kleiner Spaziergang! Und Crystarium oder erweitert! Super! Oh, ich weiß, was noch nicht hier ist! 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 Ich bin heute Morgen. Ich bin heute überwalt. Und wiederholen Sie! Oh! Ich bin jetzt hier! Ich weiß nicht, dass ich das letzte Mal verletzeihe. Wie war, wie war. Erst wenn es zu spät ist, merken wir, was wir an gewissen Leuten haben. Und sowas bestätigt sich immer wieder, meine Lieben. Ach, das trifft sich gerade so perfekt mit den Speichern, ne? Oh Gott, ich habe den Kampf hinter mir. Oh, ich habe mir jetzt erstmal eine gewisse Ruhe zu gönnen. Und man darf ja nicht vergessen, dass ich immer noch ein bisschen angeschlagen von der Erkältung bin. Aber ich habe so lange kein Final Fantasy mehr spielen können. Und ich hatte wirklich richtig Lust drauf. Und ja, wir sehen beim nächsten Mal, was uns erwarten wird. Wir werden wahrscheinlich jetzt auf der Lindblumen. Wie ist das Schiff? Nicht so. Keine Ahnung mehr. Jedenfalls wird man jetzt auf dem Luftschiff sein mit allen. Und ich hoffe ja, ich hoffe an der Stelle sehr, dass Hoop und sein Vater sich am Ende doch irgendwie noch wiedersehen. Da finden die gerade wieder zueinander und schon müssen sie wieder getrennte Wege gehen. Das ist doch... Mäh. Ja. Also, wir werden sehen, wie es weitergeht. In der nächsten Folge wird es wahrscheinlich wieder mit einer Cutszene weitergehen. Wir kennen es doch nicht anders. Oder... Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal und schauen dann, was auf uns zukommt. Also dann, ciao! Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.